ARD Text im Auftrag von Funk 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 3 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 3 4 4 5 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 6 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 6 6 8 8 9 9 10 10 10 11 12 10 10 11 12 12 12 13 15 14 14 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 15 16 16 Wo ist das mit diesen hässlichen Nihon-Türmen? Ich werde feiern das extrem, Alter. Plopp! Ich glaube, wir müssen gemeinsame Sachen machen. Eisch, kreisch, eb-boola! Ey, mach mal da unten den Feelings-Teil da weg. Feelings-Teil? Feelings-Booms-Gesicht. Ich hab doch keine Ahnung, was das heißt. Quad-Cannon-Position. Feelings-Flug. Mach's tot, Alter, du bleibst davor stehen! Danke! Junge! Ja, ich schoß, aus einem gewissen Grund. Kliefel, darf ich das? Aus einem gewissen Grund, der wenige ist kommentiert von mir gestorben, danke. Ja, sorry. Ja, nicht sorry. Flutsch! Ich hab Flutsch gehört! So! Niefe! Plopp! Borki bot eine Waffenverblick! Ne, in der Kaserne! Oh Gott, ich riecht den Rush! Achso, ja, gut, dass du mich daran erinnerst. Warte mal, ich brauch mal kurz Soldaten. Ich brauch mal kurz Feel-Dev. Oder so. Du hast einen Turm da vorne. Boah. Der reicht doch wohl. Da kommt ein Nihon-Defense. Ahhhh! Das ist doch schlimm! Hey, nix schlimm, ey! Alles schlimm schlimm! Ja, ich heiße Mahmoud! 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 Lass Döner essen! Lass Döner essen! Lass Döner essen! Lass Döner essen! Mahmoud! Ich bin hier! Let's go for it! I wanna blow something up! I'm out of the lip! Looks like a good run! Hey, hey, hey! Mark baut infernalen Geschütze, das ist unfair! deine Mama du bist unfair du musst zu einheiten, die machen Aua oh, danke schön Merkel ein Mensch, der Fabian heißt und sich wohnen soll ja, du kannst hier wieder nach oben gehen du kannst hier wieder nach oben gehen ich meine, wer hat denn hier die Mappenrolle mit Discord ja, nein, das meine ich ernst, direkt einmal nach oben gehen kannst, weil wir sind schon zu acht und wenn du schlau bist, schlau bist schlau dir das mal zu nein, das weiß ich nicht dass du auch noch acht wieder haben kannst und wenn du zehn kannst, sind wir auch noch nicht hier geblieben oh, Doppelkirch du lehren kannst, du weißt du auch dass Leeroy gesagt hat, dass alle, die jetzt über sind, einen nach oben gehen zu ihm also über über uns um genau geh du mal da hin und der, geh mal da hin oh, bitte nicht, nee, ich seh ey, ich seh da schon wieder an, wie ich's hakt nein so, so, mal hakt's da ich will das zu dir nur ein, du siehst, wir haben Dinge, die nicht da sind was das mach ich ja eigentlich ich weiß gute Frage ich weiß es nicht ey, ich brauch drei Waffenfabriken und fünf Kasernen Achtung in den Finale geschützt hast du da was? wow meinst du mich? ja egal dieser, dieser Spieler der vor allem wie die Dinger einfach so wegschießen geh weg geh weg geh weg Arschgeige friss die Gewalt nach des Drachenpanzers woher kommt der Avenger wäre der Akatenabwehr oder was? ja, der ist weg los, Vortex Eingriff war kaputt ja ist das okay, wenn ich mich an deinen Supply unten auch noch dran stelle ja, das ist gut ich muss mal gucken ok muss mal ganz schnell los los, mal ganz schnell los du, da muss los da mauer ist so da komm, komm an, schaß ey, geil heee, nie angreifen böse was ist das? ok, ja gut da waren die Avenger zu langsam so scheiße, langsam, alter ach so oh vielleicht hab ich was vergessen oh, da kommt in der Mitte ja richtig grüße, kacke der Poppenflugfeld, vielleicht kommt die Zahnkappenbomber ach, geht doch warum kriegst du das einigermaßen hin? hm? kriegst du das hin, dann würde Schmark helfen ja, jetzt kannst du da nicht helfen bitte du kannst dir bitte helfen an dein Maul Steve, hast du das gesehen? ich hab das gehört hast du das gesehen? Steve, hast du das gesehen? seine Internetleitung ist mal wieder über dein PC hat gerade auf dein PC hat gerade auf ja, ich hab irgendwie nur noch so 10 PS auf ich hinterfrag's einfach mal nicht, denn ist nicht so schön was ist die W was ist die W was ist die W irgendwas mit DLA Steff er ist Steff General Steff ist Steff ne, Steff ist nicht Steff ja ich bin Steff nein bist du nicht, du bist ein Claire nein nein, der ist Zoxy General ich habe Angst ist das jetzt die Wahrheit oder nicht? keiner weiß er ist Nuklear General er ist Nuklear General er ist Nuklear General er bin ich Nuklear du bist tot du bist tot du bist Deutschland, was? ich bin Deutschland? ja, ich bin Deutschland Deutsche ja verdauere meistens die Deutschlander uch neee wie? Informations- der ist so hässlicher Kochposten wir werden in den Bunker geboren ey brich die Map brich die Bunker Map ach ne hätte er nicht machen müssen ne hätte er nicht ne hättest du auch bestimmt stehen gelassen ne? ja rennt er da mit Patrick zu meiner Basis du Sackgesicht oh, da hat jemand Flugzeuge verloren das tut mir aber leid echt mein Fähig mich oder mein Fähig? nein, nicht den Air Force oh alle wir haben zwei in einem Team wir haben zwei ich werde gemobbt Mami, ich werde gemobbt das ist aber nicht anders das ist ganz normal das ist ganz normal das ist ganz normal wenn deine Te-Mate sich hassen dich einfach nur umbringen wollen weil du scheiße dich meine Te-Mate mögen mich nicht komm 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 zu mir komm zu mir genau schlau er ist jetzt schlau 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 hat dich nicht erwartet lau ist nüse au ach Minen hat er da das ist interessant ach Minen hat er da du brauchst extra deswegen Minen-Clearer ich will auch mal Spaß haben ich kann das gegen David einfach nicht helfen das ist aber schlecht das ist kein Wunder David ist du musstest da eigentlich mit Flame die Überhand haben ist ja klar ja müsste hätte aber nicht ich kann mit Air Force da nicht gerade am Anfang viel machen er ist aber in 3 kann ich dir helfen ja also Air Force ist eigentlich einer ist der beste Counter gegen Superbar 50 ja aber nicht wenn ich so weit weg bin jedes Mal haha willst du mich verraschen ich brauch zu lange bis ich jedes Mal bei ihm bin los komm das schaffst du juhu ich hab's geschafft nicht mehr Propagandaturm wagt es nicht der ist schon kaputt nein ich hab's gemacht ne na ua Leck ach nee was getarnte New Canter was New Panther wer hat getarnte New Canter Merkel spielt hier etwa ein Stealth da mit nee du kommst nur darauf Loil wir haben Stealth ha 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 wir haben Stealth Alter wo beim Beacon ist kann jemand was hinstellen wenn er möchte Steve du oder so nein hm man sucht noch weiter ok ich wette wenn ich das mache sterben die oder safe 100% ich kampf ich kann was auf ich kann was dazustellen wenn du wenn das noch passt ha 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 ok da steht was ja zerstören wir das da neben dir und links Aua 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 machst du mir ganz so ne Aua Aua ha 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 lol ha 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 Aduku du Wasserkocher Aduku du Wasserkocher iche Juupiel hee 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 eh Oh, da verliert jemand schön seine King-Raptor gerade ein paar? Das tut mir aber leid! Die Frage ist, warum sind das für die King-Raptor? Verdammt! Flutsch? Flutsch? Ja, ich markier dir die Ziele! Und jetzt muss der Nuke-Einschieren! Wusstet ihr, dass wenn Amager die Ziele markieren, dass die Ziele dann mehr Schaden erleiden? Nein, das erhöht doch die Feuerrate! Ah, das ist ein B! Achtung! Rückzug! Ja, das erhöht doch die Feuerrate und nicht das X drücken! Also ich bin der Meinung der Schaden! Wir können es ja testen! Taktisch! Ich bin ja gerade am Verlieren! Heidig-Target-Resize! Okay, im Standardspiel ist aber die Feuerrate! Jojojojo! Ja, guck mal, da kommt längst Cherry! Was aber mein Cherry ist da! Noob-Claire! 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 Aber da ist kein Anzieher dabei! Hat jemand Comanjis da? Für die Battle-Mass-Rings? Nein! Wir brauchen keine Comanjis! Das kommt schon! Ah! Er fällt mir auf die Luft! Jawoll! Na, hast du dir die Stellen markiert? Wir sind doch endlich drauf! Taktisch! Taktisch! Ich hab' mir diesen einen Pixel, wo der steht, da gemerkt! Wo der einen Pixel steht! Den Pixel hab' ich mir gemerkt! Ey, Mark! Nein! Ich kann nicht zwei auf einmal für dich steffen! Bamm! Ruscha, der hat's überlebt! Wir gehen gerade alle drei auf ihn, aber ihr seid auch zu dritt, also das ist ja nicht ein fairer Kampf! Ja! Ich wollte schon sagen, also! Hmhm! 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 Oh, schade, meine Avenger war gerade nicht in Range! Ist das irgendwie helfen, oder? Ich hab die auch weg im Micro! Elfen kannst du immer! Wenn Elfen helfen, oder was? Elfen helfen, wenn sie helfen wollen! Wenn helfen die Elfen! Das wird zu viel, das wird zu essen! Elfen helfen, wenn Elfen helfen wollen! Psssss! Anzuko! Du bist ooooh! Was da für eine Armee dahinter steht! Woher kommt das Geld für den ganzen Kram? Oh, hast du kein Geld? Ich kann hinten schilden! Oh, be careful now! Hey, schild doch hinten die ganze Zeit, wenn du siehst! Wer, hm! Wer schild? Gute Frage! Alle! You back! Wir alle! Zum Bösen! Ich schild mein Leben! Hauptsache, es sind ja tausend Fahrzeuge hier überall! Ja... Warte mal! Ich hab doch hier meine Command-Schieß! Meine Command-Schieß können doch auch was machen! Jetzt kommt wieder der Russische Akzent! Junge, halt am already! Ja, du kannst mal hier die Commander-Zentraler ein bisschen angreifen! Ah! So, jetzt werden die alle getriggert! Was? Bam! Geil! Jetzt werden die alle getriggert, Alter! Wenn ich dagegen schieße, dann kommen die alle runter! Da 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 da! Da 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 da! Da 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 da! Ich hole noch was, Junge! Ich kriege Krebs! Ich kriege Krebs! Ich schwör's dir, ich kriege Krebs! Was ist, wenn ich das mache? Also Baum, wenn du so weiter schießt, dann triffst du ihn doch nochmal ein! Halt einmal! Ist bitter, ne? Wer ist das? Er muss nie für die wieder Gegenball clouden! Wo laufst dich denn schon wieder Units? Achso. Ich mach jetzt den Pro-Tip Pro-Teil, Alter. Colliderals. Wusstet ihr, dass David nichts macht, außer die paar Avenger da stehen und konnte alles deffen? No, dafür macht der Rest ja auch was. Und bisschen Jung zum Nerven tun. Ein Satz. Mag nix haben tun, außer eins Vortex. Nichts. Ja, die halten viel aus. Da kommen Internatgeschütze. So, aber hier. Okay, dann merke ich mir halt eine Sache. Ups! Da fahre ein ungeschützter Mensch rum! Nein! Was an Doku... Wie? Was denn wie? Ja? Achtung, grün, rechts, da kommt Panzer auf Bälle, Master. Steve! Steve! Mach Sterbe, Mann! Blut! Oh, Leeroy ist ein Star, schade, es klappt. Schade, es klappt nicht. Ich glaub, du hast Death-Detection dabei. Sieh, rückzuck. Feider! Der Pro-Tip AKR 3 Thersen. Da kann ich nicht mehr so aus. Doch, hat er. Und da ist noch ein Stealth-Adarwagen. Schnell töten sie, ja! Die Macht des Hurensohnes, was? Oh, guck mal, Mark hat da noch einen Vortex-Palzer. Das ist Vortex! Ein Schiff! Und jetzt kommt Gatling-Palzer noch dazu. Ich ein Vortex! Okay, warum kriegt der Super hin? Weiß ich krieg das Super hin. Du kriegst das hin, du lebst! Was ist mit dem Schiff gelaufen? Ich krieg dir gar nichts hin. Ich krieg hier gar nichts hin. Guck mal rechts. Das ist, wenn Baum in Rente geht und lange kein CET mehr spielt. Ich hab mir ja wieder Plus geholt und dachte mir so, ja, okay. MBR ist schon cool, ne? Ist ein cooles Spiel. Gott! Was denn? MBR ist kostenlos. Nein, meine Energie ist fast weg gewesen. Achso. Halt du große Hurensohnes wieder halb bei Stief auf! Da kommt die charnte Infantrie, warum tut man sowas? Stief! Ei, was ist Ei? Stief! 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 Ich hoffe, nachzumachen. Ich mein Geld! Da kommt Luft, Luft! Ich bin natürlich wieder so ein bisschen... Da kommt Pev, Leve los! Rettet sich wer kann! Rettet sich, ähm! Rettet sich wer die Reptas hat! Rettet sich wer die Reptas hat! Warte, was? Ah! Warte, heeeh! Okay, ich muss... Mell, schick die Pev los weg, die Reptas kommen! Ach ne, das ist eine gute Wahnsinn! Ja! Mein Geld! Aircraft targeting ready! Ja, haha, ist grade veretzt, alter! Verstrahlt warding narrow! Ich weiß nicht, was Matzi jetzt die ganze Zeit macht, aber er tut genauso wenig wie ich. ich brauche nix machen, ich sammle in der Mitte ich bin nicht unter Zugzwang also sind wir genau gleich, okay da kann ich ja mitsammeln die Make-up-using Alter dann höre ich das ganz schlimm Hallo David Was denn? Beweg's doch nicht Fick dich Bist doch langweilig Was denn? Nicht bewegen Du musst sterben Jo, du machst das nicht richtig Ich mach's auch nicht richtig aber ich versuche auch grad was anderes Oh, da kommt ne B3 Chimera Ja, geht's, geht Fangen 3, wie eklig So warm leider nur einer gewesen Jetzt, jetzt machen wir mal halt Folgen nur Da kommt noch ne B4 Chimera Nee ooooo oo o Flint kardif bom. getarnt Also Fragge lay Töte sie Wir wollen actionени Ach Square Eichsen, Blut! Nein, dann ist er der Master! Ja, das hätte ich. Ja! Du bist so ein schlechter Air Force-General. Oh, da kommt King Raptor. Aber die werden nichts tun, weil wenn er sie verteidigen macht, gehen ja alle auf 1 hier. Marc muss seine Kommandistralle verlieren, damit er keinen Radar mehr hat. Nein, blut! Das ist der größte Aids! Aber wenn du Schett gemobst, oder was? Okay, er hat alles bezahlt. Das ist interessant, er hat alles bezahlt. Ja! 1, 2, 3... Nein, du Monster! Er hat keine Energie, er kann Radar mehr. Du bist ein Monster! Das ist das, was er dir vormachen will. 5, 6, 7... Einer geht noch! Einer geht noch! Einer geht noch rein! Was hast du da gesagt?! Was hast du da gesagt?! Einer geht noch rein! ZACK, geht noch rein! Nein! Da geht alle tot! Nichts mehr da! Nichts mehr da! Na, aua! Ich hab gemerkt, dass Berlin ziemlich hässlich ist übrigens! Echt? Ja! GPS Scrambler has been activated! Bis auch so ein, zwei Hecken, wo es minimal schön ist! Jetzt beleidert der mit Atlas noch mal! Da wird ein hässlicher Atlas gebaut! Ey! Du brauchst jetzt auch nicht zu scouten, ja? Scouten nicht! Oh, Steve! Deine Panzer da rechts! Deine Infernalgeschütze! Oh! Ah, die gehen flöten! Die gehen flöten! Die gehen flöten! Die gehen flöten! Nein, die gehen doch nicht flöten! Piuuuu! Oh, ich höre der Bikes! Ich höre der Bikes! Bikes! Taktischer Outplay! Taktischer Outplay! Taktischer Outplay! Alle Reiner! Er kann nix mehr sehen! Da kommen Chimeras zu dir! What the fuck? Ich gar nicht! Wer schreibt dir Kyrillisch? Kyrillisch! Russisch, wenn ich bin da! Die Sprache des Seuferes! Oh, mal gucken! Ah, Mark hat sich bei Dings aufgebaut! Bei... G-Niefe! G-Niefe! Ich fahre nicht! Ich kann nix sehen! Ich kann dich noch mehr sehen als hier zuvor! Sechs... Sechs Comanches von Raccoon! Plus diese Puma-Teile! Lügner! Seine Panzer! Seine Panzer kommen! Durch die Front! Deutsche Macht! Oh mein Gott! Der kommt mit Panzer aus! Der verbaut wahrscheinlich! Der dampft gerade ab! Ne! Panzer! Kommt! Der ist sogar relativ ruhig! Also... Ja, ja, ja! Komm doch mal bitte! Los! So Panzer! Only Tank! Ich komme auch! Warte! Moment, Moment! Doch, doch! Hier, hier! Ich komme! Nein, du kommst nicht! Du bist unsichtbar! Hilfe! Ich komme mit der Anti-Air! Ich komme mit der Anti-Air! Ich komme mit der Anti-Air! Hinter-Air! 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 Schlage! Dich! Nicht! Hallo! Tschüß! Hi! Hä? I think I am dead! Oh was? Baume is dead? Ja man, guck doch an, was bei mir ist jetzt, Alter! Ja, ein paar Panzer von deiner Basis. Sie haben mich in Rufe gelassen und baut es zu spüren. Hauptsache, Hauptsache, alle auf mich fixieren, oder was? Du bist kein Panzer! Du musst dich alle auf mich fixieren, weil die scheiße sind. Und dabei haben sie vergessen, dass ich scheiße bin im Moment. Artulation General, wir haben primordet. Ich fahre ein Stückchen vor, aber kümmere mich um Traum. Yes, ich muss mitfahren eigentlich. Wum, 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 wum stehen bleiben. Ja, die Panzer hast du ihm schon kaputt gemacht. Yes, aber ich muss trotzdem weiterfahren. Oh, da kommt Flieger. Ah, der will mich Rang 3 machen, top. Schick noch mal ein paar mehr. Was, du bist doch nicht Rang 3? Die Kickmapter sind richtig gut, Alter. Die zerstellen richtig viel da oben. Das war die Frog-Meste. Hä? Nein, ich bin schon Rang 2. Echt? Ja, Mann. Geil, Respekt. Ich hab Q gedrückt, ne, hab ich nicht. Hä, was hast du gemacht? Ich hab irgendwas anderes gemacht. Ich hab irgendwas anderes gemacht. Alter, 4! Ey, Riken! Hi! Baum zieht bei dir ein. Baum zieht bei dir ein. Das kann ich schon mal her. Marc macht das gleiche. Benni, bitte das da oben, danke. Ey, ich bin... Ich bin auch. Ich bin Hammers. Hammers, der Götterbote. Hammers, das Kellerbrot. Okay, aber schade. Oh, Mann. Ich hätte voll den Plan, ey. Nichts gut. Hättest du nicht mal eine Frage belassen können, ne? Dann hätte ich was machen können, aber nein. Nein, das machen wir nicht hier. Ich hätte die Ja oder Nein Frage gestellt. Die Ja oder Nein Frage. So, er nimmt was ein. Hier, hier. Vielleicht. Wo? Deine Base? Ah, da, okay. Ich habe ein Signal mir denn da ausgelöst. Ist der Feind? Nein, seine... Familie. Nein, ich werde in ein... Oh, okay. Ich fand's ja schon tot. Okay. Dann löst niemand was aus. Blut! Komm, da macht's jetzt Blut. Nee, mach's nicht. Ja, Marc muss schon ein bisschen näher dran, sonst will das da nix. So, da, 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 da. Jetzt bist du aber zu dicht an meiner Atlas-Kanone. Flop, flop. Flamme, Mann. Juckt mich nicht. Ach, es kokelt. Da fliegt wieder ein Rechner weg. Watt? Jetzt haben wir das Witzige gesehen. Guck mal bei meinem Beacon. Herr, sie ist CPO kaputt. Oh ja, da guck ich mal. Ja, geil. Du, 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 du. Komisch. Was machen die da? Ich weiß nicht, die haben irgendwelche Probleme... Ich wollte eigentlich auf Economy gehen, aber ich dachte, dass... das steht so schön da oben, dann gehe ich doch mal da drauf. Die tolle Stanzi! Im deutschen Landeskreis, sag ich mal, die Sanktion als Arschrein. rückzug rückzug steve brauchst du irgendwas getarnt oder so ja hier ist die Einheiten mach mal wiegen drauf oh wiegen drauf ey du kannst ja ne ressourcen haben mach so ja das ist ja nix mehr drin ja da ist auch noch was drin ganze 600 warum hast du bei ihnen Geld gesteuert werden wir gerade Geld geklaut ach so Nife ach so Nife also doch kein Hohenso lass mich mal anscheinlich Digi-Zentrum bauen meinen Command-Zentrum kann ich Ja oder Nein-Frage machen und die ist wichtig die Ja oder Nein-Frage die ist Lebenszeit ja ja eine Ja oder Nein-Frage warum nimmt er eigentlich nicht in den Verwinden-Magazin ab? ach was vergessen hab ich dich an was erinnert David ist es okay wenn ich was hier hinbaue bei dir? ja kannst du überall was hinbauen gut okay aber du hast vergessen dass ich mich klären kann du Wichser du musst dir auch anschauen was ich da baue ja was denn wo? ach so ja gut dann bereite ich mal was vor ja ich sehe ich da Noobstorm? ne tu ich nicht schade oh schade ich schaue dir kein Noobstorm Noobstorm das wird schade ja ich glaube ich sollte man ne zweite Waffen verwirkbar ich hab schon zwei ich bin da Super G3 ich hab 3 und er braucht seine Handbiest ich hab noch kein T-Store ich hab auch Amager da drin scheiße wir haben sogar den wir haben den Baum fast getötet what the fuck ja ne ja und das war auch nicht mal mei Woche nicht gespielt pfff kam auch nix irgendwie ach die ausreden sind wieder da hier ausreden bau ja das war gar nicht so wirst du nicht irgendwie in der Mod ne oh warte ich kann nur noch mal spielen Wolken Dund ist wieder auf ne? ne ich nehm nie auf ne da das ist doch peinlich hier wer will denn das schon aufnehmen? mein Gebäude einzunehmen nein Riken das stimmt ich muss auch alles ne Scheiße ran Riken nimm mal das ist ja mein Gebäude schnell ja ich schick mal ein paar Flugzeuge ich will mal meine Gemma Station bauen keine Flugzeuge was ist das für den Herzen? das ist ja TG38 T1000 schick ne 833 rauf ne 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 ja r東 drei ne ne ruft ne 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 Nein, du hast doch schon jetzt verloren. Willst du nicht mal irgendwie wieder Kommentare vorlesen? Doch, stimmt eigentlich. Willkommen bei Baums Kommentar-Vorlese-Section. Baum kommentiert Kommentare. Warte, was? Das kommt mir bekannt vor. Du musst Buraki kurz raussuchen. Nee, du hast mich nicht auf Schnelltasten, was soll das denn? Ja, natürlich nicht, Junge. Voll die Sauerei. B. Verbrauch den denn schon. Nee, ich hab Strom. B. Wo ist ein B? Oh ja, an der Uhr. Baby, B. B ist neben N. Wie hab ich ein B abonniert da? Nein, B ist nicht neben N. Okay. Dubstep-Drohnen oder was? Hm, welches Video nehmen wir denn? Wir müssen natürlich 10C wieder nehmen da. Das letzte. Oh, das ist ein bisschen her, das letzte Video. Da sind zwei Kommentare drunter. Wie soll ich ja? Wow. Brainy. Willst du mit meinen Toxin-Traktoren kuscheln gehen oder was? Drei Kommentare. Zwei Kommentare. Black Lotus, Alter. Erster. Junge, Mazze, du bist so ein Bastard, ne? Ja, Mazze. Da sind zwei Kommentare. Ja. Und eins ist... Das ist mein Kommentar und das von dir. Mazze hat sie. Erster. Normalerweise kann der immer mehr losgehen. Voll schlimm, ey. Kann ich nur für... Boah, immer diese Erster-Kommentare. Ja, richtig ätzend, ey. Ja, voll jedenfalls, ey. Guck die Kommentare vom letzten Video von Buraki. Könntest du mal ein Nachtspieler FFA machen? Halt die Fresse. Machen wir doch gerade. Ganz anderem Level. Achso, ne, ne. Halt die Mauer, die sind unter unserem... Unter unserem Niveau. Haha, echt krass, wie ein Tunnelsystem das ganz... Ja, das... Tatsache war... Ja, sie wurden schon ziemlich hart gemudelt. Alter, das hat dieses Super-Video mit Baum und so, ne? Und Tracks. Ja. Schmuggelt sich jemand durch? Tunnelsystem in der ersten Runde, unterm Strich, ihr wurdet hart rangenommen. Gelb! Gelb! Matze! Ich weiß nicht, weil Baum ist, aber... Flutsch! Flutsch! Wo? Flutsch! Oh, Komenschi ist ein Komenschi-Drop. Ja, der war voll schlau gewählt. Kommt alle tot runter! Da ist doch kein Land, Jungs! Nein, der ist ja auch nirgendwo schlau, Mann. Ich kann ihn nirgendwo schlau machen. Überall fliegen King-Web da rum, hinten. Woanders kannst du ihn schon hinsetzen. Naja, machst du doch wenigstens mit deiner Basis. Let's set her up. Drei für drei... Anstatt sie einfach auf'n Feind zu werben. Zum Beispiel da, wo seine, ähm... Hier, die Meeren gammeln. Ne, ne, schmeiß sie dorthin. Okay, jetzt. So radeln. Warte. Warte mal, das muss ich anders machen. Ich muss erst Rang... Ich muss erst Rang 4 werden, damit ich das machen kann. So, dass das nicht so ausbeziehen. Oh, die für macht Mathe, alter. Was ist das? Oh. Als wenn ich ne War Factory brauche. Halt deine Mauer, ich brauche das beste Levitation. Okay, ich nehm Wetten an. Aber das dauert noch ein bisschen. Und Doku? Die Beste wird nach dem Spiel ablaufen bleiben. Und Doku, du hast die stärksten Warfare im ganzen Spiel als Air Force. Was? Ich dachte, er hat die besten Infanterie. Oh Gott, das... Ja, alles. Ja. Okay, du bist dumm. Er hat die besten Panzer. Was, der ist dumm? Hallo? Bullshit. Man weiß nicht, dass Air Force die besten Panzer im ganzen Spiel hat. Ich frage jetzt mal einfach... 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 Andoku, ja oder nein? Ist das da? Einfach ja oder nein? Zwölf. Ja. Ja. Schau... Weil nein, hätte ich jetzt Mark Säcker weggemacht. Oh, warte, das kann ich übernehmen. Warte mal. Wusstest du eigentlich auch, dass der Sprenglaster hat? Wäre das Dave, ja. Ja. Nein, ja. Ich frage jetzt auf, äh, auf... TNT umgeswitchen einfach. Ja. XB, XB, XB. XB, XB, XB. Okay. Ich hab 10 mal mehr ... Oh, die Raketen brauchen viel zu lange. Ist auch gar nicht wegen den Lags gesungen. Also, die kommen jetzt runter, aber das wird nicht... Ja, Riken taucht genau, das schnugende Rakete, Alter, Alter! Steve? Ja oder nein? Ich wollte gerade sagen, der überlebt oder was? Ja oder nein? Nein? Willst du mich verarschen? Ja. Bei hier hat es gerade schon die Gen-Zentrum von hier... Wer hätte nochmal Riken weggemacht? Bitte? Hör aufs ein Anti-Made zu sein! Nein, mir ist langweilig! Mein fertig! Das ist gut! Die Battlemaster von Nifel zauern sie erst mal selber jetzt! Knusper, knusper, knusper! Hahaha! Fast alle Totschubs! Nifel, du bist echt schlecht! Ich reine eigene Strahlung! Warte, 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 warte. Das muss sein, das muss sein, das muss sein. das müssen wir jetzt kaputt Nein, die Raketen machen keinen Schaden die Hundfeier Nein, das ist in Ruhe Nein Okay, ganz schnell Brake, ja oder nein? Äh, ja Boah, ist das aber lecker Tut mir leid, Niko Das liegt an mir, Entschuldigung Ja, wo kommt meiner Zehnschlag? Achso, der kommt aus der Map und macht direkt Schaden Wie Marcus immer probiert mit seinen Scheiß Schwachs irgendwo langzufahren Ich hab grad nix besseres zu tun Brake? Ne, was? Alter, ich bin einfach eingebaut oder Scheiße Okay, warte mal Ja, aber ich komm da nicht durch, weil da sind immer so Patriot Dinger Warte, wo? Wo muss ich mich drum kümmern? Okay, warte, ich geb Nifu noch mein Geld in der Hand Aber das könnte, die sind erstmal meine meine Also ich kann gerne, ähm Muss gerade erstmal und ähm Ich bin mal, das ist eh nur Just for Fun Das wird eh nicht funktionieren, aber das ist mir geil Du Wasserkocher Ist das Wasserkocher für ne Bleibige? Ja, wieso zerschießt Nifu die eigene Gebäude von Rakuun? Das sind meine Gebäude, ich schieß Brain, antruck her auf zu Micron Okay, das ist mein Flugfeld Darf mich surrendern Entschuldige, dass ich gemicro'd habe War nicht meine Absicht zu micron Nifu Du bist nicht die Hellste, ne? Ja Micron geht Micron for the win Jetzt hört sie wieder auf, hä, versteh nicht Ja, sie wollte mich was von mir zerstören Weil ich versucht habe, ihren Dings zu zerstören Und weil ich die Propaganda-Zeitung zerstört habe Achso, sie hat dein, ähm, mit dem Vollkaktusverwechseln, verstehe Oh, die paar legt Pfeffer Aber ich mach was anderes Oh ja Diese Raketen, die Chimera-Raketen, die fliegt voll bei Nifu rein Bam, bam Ne, das waren Das waren die vom Payfloor, aber bei Chimera-Rats habe ich was anderes vor Ich wollte dein Werk vollbringen, Nifu, um zu zerstören Ist da nicht schon wieder Panik ausgebrochen bei euch? Nifu, hast du da etwa ein No-Can verloren? Nein Sag mal, unser, unser Japse hier, ne? Der Steve Was? Wollt ihr mich verarschen? Wo ist, wo ist, äh, Satellitenzugriff 2? Ich muss die KKH da sehen Ah, das war's sowieso jetzt Du bist Rang 3 Achso, das und das baue ich, warte Halt die Team-Mate zu sein, macht irgendwie Spaß Also, wir haben hier da gerade versucht runterzuschicken In den Transportflieger Aber Marc hätte noch so viel machen können Marc hat einfach aufgegeben Marc hat einfach aufgegeben Marc hat einfach aufgegeben, was für ein Assi Können wir den bitte Käpt'n Grundscherern? Boah Was? Was für? Ja, ich kann eigentlich auch IFA kommen wieder einer irgendwo Oh, ist da unten dann Was denn? Du musst Death Detection haben Death Detection IFA, du weißt, was das ist Ich hab ne Frage, David, wovon dran zu nachts? Hä, wieso? Was denn? Von Arbeit Was, was soll denn der Comanche da? Weiß ich nicht, den siehst du gar nicht Der Chinook Mischel Alpha? Ja, Mann Mit Chinooks Scheiß auf die Scheiß auf die Scheiß auf die Scheiß auf mein eigenes Gebäude Ja, es lebt noch Ich will das Strategiezentrum einnehmen Niemals kriegst du das Ja, zuvor zerstörter Nubler Das war langweilig Oh, er zerstört, nehm Ich zerstörte nicht Nein, nein, nein Ich hab ne Combat Pumas da 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 Nein, ich hab nicht zerstört Ich hab doch noch keine Wehe bekommen Hauptsache, weil die Scheiß Comanche nehmt noch Ich hab das Ding nicht angegriffen Ich bleib mit deine Panzer an Ich kann mit dem Chinook bisschen hell machen, geil Warte Du willst die der Nee, boah Das ist mein Spannabrohne Das ist mein Funfeld Ich hab keine Spannabrohne Und meine Kinder hab gerade halt verloren Ups Hey, I'm too cool Huh Du Faserofer Was hast du da grad mit den ganzen Dingens gemacht? Ich hab mich verklickt Baum, ich helfe dir Mit einem Geben wir hin, hab ich mit den ganzen F8 in die Dingerblatt gekriegt Oh Mann Danke Oh mein Gott, was ein Team-Mate Was legt von mir noch? Irgendwas legt noch? Ich weiß nicht was Achso, das Kraftwerk, okay Nein, du hast mein Kraftwerk zu stellen, Hilfe Ich hab ein paar Bälle, warst du zerstört, aber... Sag mir nicht, du hast die Chimeras auf dem Nummern-Pad. Num-Pad! Nein! Wo denkst du hin? Hey, bist du ein Nu? Plopp. Hä, mach mal auf Hardcore, Luca! Ne Illusion! Oh Mann, ich bin so ne einzige, der mal noch versucht zu verteidigen. Was willst du denn da verteidigen? Was willst du tun? Rocky, das greift halt an deiner Front, das muss leben bleiben, ich muss das letztes überleben, ok? Boah, wie viele Kovenches hier! Was war denn zu meiner? Nein, das war ne Kovenches Uhr, nein, ich helfe euch da! Das soll jetzt nicht das Wasser, ey! Mann! Boah macht Friendly Fire, das ist ein Verräter, tötet ihn! Check das jetzt, David! Nifu wollte meine Kovenches töten, jetzt töt ich seinen! Was hab ich mit dem Willen, David! Nifu hast du einen Stromausfall? Ja, irgendwie bei der Propagandazitrale, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ich juckt es ja auch so, Juckt! Haha, ich weiss warum! Sau, Töber! Oh mein Gott, ja, ich bin... Oh mein Gott! Das Kraftwerk hat an der Maße, Rocky! Du musst es überleben lassen! Ich muss das letztes überleben, ok? Boah, das wird jetzt schwierig, alter! Ok, mal gucken! Warte, mach das mal ein Schaden! Was wird dich hier hindern? Alter, die macht so viel Schaden, alter, die will man... Die kommt hier zurück! Ups! Sag mal... Baum, was baust du hier hin? Ja! Lass es! Lass es! Lass es! Ich muss überleben! Lass es! Nein! Er hat es zerstört! Mann! Ey, wie soll ich hier was verloren? Was ist ein Ass, Alter? Was ist ein Ass? Hä, wie soll ich hier Schaden bekommen? Durch was? Ja, weil das Gebäude zerstört wurde und dann wollen die Miene... Wie für was willst du mit den ganzen Flugfeldern hier nur? Oh kacke! Nein! Wie fürs volle Anti-Team-Made? Ja, echt mal! Sie füttert mich nicht mal, voll lame! Taffel war ich da! Was bessere kann ich hier nicht! Das macht so gar keinen Schaden, die Teile! Ich mach das schon! Wo sind jetzt meine Comanches? Da! Warum zieht ihr dir meine Comanches? Lass doch meine Comanches in Ruhe! Warum ist da keiner? Und lass mal, ähm... Wenn du die Webcenter zerstörst... Ja! Kann man schon mal alles zerstören! Kann ich der kann zerstören! Ja, mach doch! Ich brauch... Ich bin fast dran 5! Nein! Ich hab den Bulldozer! Nein! Jagt sie immer noch, dein Bulldozer oder was? Ja, für mich ist sie ja ein Panzer! Ja, weiß ich die ganze Map! Warum dein Kraftwerk wird zerstört? Welches? Welches von denen? Das, was du da hingebaut hast. Die Kurs-Eye schicken den Flieger rein! Oh, jetzt wird's ein Flieger rein! Oh, jetzt wird's ein Flieger! Ja, sag ich 5! Aua, das... Wo können wir denn? Wo können wir denn? Wieso? Achso, ja! Doch, ich weiß wieso! Ha, Toco! Flop! 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 Na, warum schießt die Verteidigungssysteme nicht auf dieses Kraftwerk? Mann! Mann, Psyche ver Diamond. Mann, 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 Mann! Mann, 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 Mann! Smol! Mach Bumm etchar hops! Mach Bumm etchar becomes chucks! Mai! Jack! Ja, ja, Mann! 子群! Niiin, ich werde irgendwas hingeschickt! Nein! Das war eigentlich schlecht, dass sie zurückkommen. Ok, kass messlig sein dass sie jetzt kommen. Das ist so wie wenn du das deutschじゃあ hat Mss.. Lass das nicht der Vater! Das hie Ger Antis Blades fiddle, warum dachte ich da Antis? Es ging echt so ein bisschen schneller. Mach doch mal schneller. Das muss man wieder genießen hier. Was ist denn da zu genießen? Ich finde das gerade ganz sexy. Du hast auch voll wenig gemacht. Uuuuh, dis! Oh 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 oh. Du hast von einer Mitte gesammeltes Erleben gechillt. Ich habe den Push am Anfang gemacht, das hat doch schon gereicht. Das Spiel war entschieden. Entschuldigt immer noch, geil. Warum wolltest du schon surrendern? Komm, lass mir wenigstens einmal das strategische... Was willst du uns sagen? Dass ich kein Deutsch kann. Ich ruck es aus. Das ist das strategische Bombe. Was ist hier los, Alter? Niefel ist das gut normalen Angriff, geil! Juhu! Ja! Ja, warte, warte! Gebetze! Durchbauen wir mal schnell, totmachen. Nein! Doch! Ich würde bauen. Nein! Ja! Nein! Ja! Hä, Mann, schon lebt immer noch! Juhu! Schon lebt denn bei nem Jungen noch irgendwas? Vom Baum, da des Kraftwerk. Bei Davids Türen ist das... Ja, lass uns! Das müssen meine Teammates wegmachen! Das müssen meine Teammates wegmachen! Das müssen meine Teammates wegmachen! Als Video-Challenge! Ja! Ich schickte erstmal ne H10 drauf, Baum weg! Gießen Sie! Nein! Junge, nicht mit Flugzeug, mit Boden anhalten! Das ist ja lame! Oh! 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 Steve! Du bist ein richtiger... richtiger Hornsinn! Richtiger Bastard! Hast du denn? Achso! Achso! Arsch! Wow! Really? Ich bin nie wieder mit dir! Yeah! Ich hab Kaktus besiegt! Ja! Mein erster Kill! Man hört so ganz... ganz ruhig nachts! Ja! Er darf stolz auf sich sein! Okay, ich weiß wieso Steve gewandert! Warum? Du hast ein Webzentrum mehr gebaut, als du das! Oh, was? Nein, man darf 6! Nein, man darf 6! Man darf mittlerweile 6! Man darf mittlerweile 6! Wenn du mal öfter spielen würdest, dann wüsstest du das! Wieso? Weil 5 zu weniger! Weil Leroy als China-Main Geld braucht! Ja! Mit 5 hatte man schon zu viel Geld! Eher nicht! Ja, er nicht! Lass mir das blaue Hauptgebäude! Lass mir das blaue Hauptgebäude! Lass mir das blaue Hauptgebäude! Bitte 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 bitte! Wieso denn? Das kannst du nicht einnehmen! Ich will einfach nur die Fliege zerstören! Ich will einfach nur die Fliege zerstören! Lass es mir einfach! Ich will fahren, Aldi! Ich will es töten! Flop! 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 ich hab ich hab gerade meiner Meinung nach den dummsten Kommentar gefunden wie wäre es gerade beraten wenn ihr ein 2v2v1 macht also du in der Hinsicht gegen 4 es wäre einfach nur ein 2v2 wo sich die zwei Ertrims mal kurz verbinden gegen einen Einzelnen meine Maus ist unsächtig naja muss ja nicht sein wieso hat der so viel Geld gesammelt der rote da weil ich viele Zentren hatte ich hatte auch 6 gehabt ich hab fast gar keine schwarzen Ecke gebaut ich hab nur 2 oder 3 stück sammeldinger es war aber auch nicht nötig da oben was zu machen großartig ja wenn du einen Baum als Gegner hast ja da war er nur 5 Minuten am Surrender ey ich hab nicht surrendert ja ich wurde besiegt ja du hast gesagt ja nein als erstes hab ich mich drüber gekauft nein sie hat mich getötet jetzt ja jetzt mach hier nicht ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020